Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Videoclip. Und hier aus gegebenen Anlass, da wir ja zur Zeit ja kein Volksfest besuchen können, bringe ich euch hoffentlich ein wenig Freude auf den Bildschirm. Und wir starten mit der Serie Volksfest Rückblicke 2019 mit dem Frühlingsvolksfest in Köln-Deutz, was vom 20. April 2019 bis zum 5. Mai stattfand. Die Beschickung war sensationell, aber seht selbst. 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 Wir fühlen uns zu coolen, aber seht selbst. Die Beschickung war sensationell, aber seht selbst. Die Beschickung wurden besonders rechtfertigt, die Gefickung wurde vom Trauter an. Und hier aus gesehen haben. Sie besucht, die Gefickung wurde vom Trauter zu leben. Los gehts! Los gehts! Los gehts! Wir wollen die Ballen! Let's fight so much for me! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018